Hallo lieber Löwe, mal gucken was der heutige Freitag dir zu bieten hat. Lass dich wirklich von der Liebe dich berühren. Partnerschaft, Freundschaft oder auch kleine Begegnung im Alltag kann dich beeindrucken. Also Menschen kannst du nicht festhalten. Wenn ein Mensch gehen möchte, dann geht er auch. Diese Tatsache wird dir auch heute besonders klar. Eifersucht ist halt der Wunsch, den du verspürst, um den geliebten Menschen an sich festzubinden. Ich stehe ruhig deinem Partner oder auch anderen Menschen Freiraum, dann geht so einiges leichter. Das war's dann auch, lieber Löwe, bis zum nächsten Mal.